Bald ist er wieder da. Der Novembermonat. Ein Monat, wo wir uns in besonderer Weise der Verstorbenen erinnern. Der Verstorbenen der Weltkriege, der Verstorbenen aus den Familien. Deshalb ist es eigentlich immer ein Monat, der nachdenklich macht. Wie sieht meine Zukunft aus? Was wird Corona noch alles anstellen? Bleibe ich gesund oder wann werde ich sterben und wie werde ich sterben? Jesus Christus gibt uns da eine ganz klare Antwort. Im Haus meines Vaters sind ganz viele Wohnungen und ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Wenn ich hingegangen bin und euch eine Wohnung bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Unser Gott lässt uns nicht allein. Er schenkt uns eine gute Zukunft. Er schenkt uns ewiges Leben. Das gibt auch unserem Leben Kraft und Zukunft und einen Blick für diese Zukunft. Wie wir sterben werden, keiner weiß es. Wo letztendlich wir sein werden nach unserem irdischen Tod, wir wissen es nicht. Aber entscheidend ist, Gott ist für uns da und er lässt uns nicht allein. Und wir befinden uns hier auf dem Friedhof in Himmelgeist, St. Nikolaus. Für mich hat dieser Friedhof auch noch eine Besonderheit. Denn genau hier an dieser Stelle werde ich einmal beerdigt werden. Von da aus gesehen ist das schon ein besonderes Gefühl. Ich wünsche Ihnen für diesen Monat ganz viel Kraft und Zuversicht und leben wir aus dem Glauben, dass Gott uns eine gute Zukunft schenkt. In diesem Sinne Gottes Segen, Gottes Kraft, Ihr Frank Haltkamp, Stadtdechern von Düsseldorf.